Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Nachdem wir uns im letzten Video Textfelder und Eingabefelder angeguckt haben, soll es dieses Mal um ein weiteres Formularelement gehen, nämlich die Auswahllisten. Auch die sind zum Glück nicht fürchterlich kompliziert und auch das gucken wir uns wie immer direkt live an. Auch hier habe ich wieder unsere Datei schon mal soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe hier oben wieder unsere Funktion drin, das Style Sheet wird eingebunden und hier vorne ist schon das Formular, wo schon der Eventhändler eingebunden ist. Das alles ist also genau wie beim letzten Mal schon mal hier vorbereitet. Jetzt möchte ich in das Formular ein weiteres Element einfügen, das wir noch nicht kennengelernt haben bislang, nämlich eine sogenannte Auswahlliste. Das HTML-Tag, mit dem man Auswahllisten erstellt, heißt Select. Auch dem geben wir wie immer einen Namen. Ich möchte hier das Land auswählen lassen, deshalb nenne ich das Land. Und die ID wähle ich wie immer identisch dazu. Natürlich brauchen wir ein schließendes Select-Tag dazu. Und in die Select-Umgebung hinein, im Grunde genommen ist das ganz ähnlich, wie wir das bei Listen kennengelernt haben. Das UL und OL waren die Listen und darin gab es dann die Listen-Elemente, die mit LI markiert waren. Und hier haben wir ein Select, das ist die Auswahl-Umgebung. Und da hinein kommen nun die einzelnen Optionen und die müssen wir eben mit eigenen Tags versehen. Die heißen nämlich nun Option. Sie erhalten einen Wert, das ist etwas, was wir so in der Form noch nicht kennengelernt haben. Der Wert kann eine mehr oder weniger beliebige Zeichenkette sein. Manchmal führt das zu Problemen, dann sollte man gucken, ob man vielleicht besser keine Leerzeichen oder Umlaute oder sowas verwendet. Aber meistens funktioniert das ganz gut. Und dann kommt hier ein zusätzlicher Text hin, nämlich das, was im Dokument angezeigt werden soll. Und das ist die Option, die wir hier haben. Solche Optionen haben wir vermutlich eben mehrere, sonst macht das wenig Sinn, wenn wir nur eine Option hätten. Die zweite Option, die ich hier jetzt mal anbieten möchte, ist Österreich. Hier haben wir schon mal einen Umlaut drin und den Text setze ich auch entsprechend dort hinein. Und die dritte Option ist Schweiz, die wir hier anbieten und auch die setze ich hier mit hinein. Damit haben wir unsere Select-Umgebung schon geschaffen. Die können wir uns jetzt wieder in unserem Browser hier drüben angucken. Und dann sehen wir eben, dass das eben eine solche Auswahl ist, die wir jetzt in dieser Art und Weise hier haben. Um nochmal den Unterschied klarzumachen zwischen dem Value, den wir hier angeben, und dem, was hier steht. Der Value ist das, was intern hinterher verwendet wird. Wenn wir insbesondere von JavaScript darauf zugreifen, wir können hier zum Beispiel auch ein Länderkürzel einsetzen, wie DE. Und dann sehen wir aber, dass sich hier an der Anzeige nichts ändert. Der Text, der in der Option angezeigt wird, ist halt der, der innerhalb des Tags steht, also der Inhalt des Tags. Wir müssen also unterscheiden zwischen dem Inhalt des Tags und dem Wert. Das ist etwas, was wir bei den bisherigen Formularelementen nicht hatten. Hier ist das allerdings wichtig. Wir ändern das aber wieder zurück. Wir nennen dadurch aus Deutschland an dieser Stelle. Und machen das Ganze jetzt noch wieder ein kleines bisschen hübscher. Auch hier wollen wir wieder ein Fieldset drum setzen. Dem geben wir auch wieder eine Legende mit. Die soll Adresse heißen. Wir werden das später noch um weitere Adresselemente ergänzen. Aber das machen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht. Und wir geben wieder eine Div-Umgebung außen um unser Formularelement herum. Und geben dem Ganzen auch noch ein Label wieder mit, damit das Ganze auch wieder einigermaßen hübsch aussieht. Und da soll eben noch das Land davor stehen. Also als Text soll Land davor stehen. So, dann laden wir das hier drüben nochmal wieder neu. Und dann sieht das Ganze also jetzt so aus. Wir werden das später für das endgültige Formular noch darum ergänzen, dass wir auch noch eine Straßenangabe und eine Ortsangabe und eine Postleitzahl dabei haben. Aber im Augenblick brauchen wir das nicht. Das sind einfache Textfelder, die wir da machen werden. Hier geht es ja darum, dass wir zunächst mal dieses Element hier kennenlernen, indem wir also, wie gesagt, hier jetzt auswählen können, in welchem Land wir uns eigentlich befinden. Auch hier stellt sich jetzt wieder die Frage, wie können wir von JavaScript aus darauf zugreifen. Und zum Glück ist die Antwort wieder genau so einfach wie beim letzten Mal. Nämlich, wir können hier wiederum darauf zugreifen mit Document, GetElement, bei ID. Und wir geben hier die ID an, Land, an der wir interessiert sind. Und davon natürlich wie immer, wie wir das schon kennengelernt haben, den Value. Und den speichern wir dieses Mal zum Beispiel in einer Variable namens Land. Und dann können wir diese im Local Storage ablegen. Beispielsweise unter dem Schlüssel Land. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die ID an der Select-Umgebung hängt. Wir greifen also auf das gesamte Select-Element zu. Und der Wert, den uns das Ding liefert, ist eben der Wert, den wir als Value-Eigenschaft angegeben haben, als Value-Attribut angegeben haben für die jeweilige Option. Also in diesem Fall Deutschland. Wenn ich da eben DE hingeschrieben hätte, wäre es natürlich DE gewesen. Damit haben wir schon das nächste Formular Element kennengelernt. Und wir haben gesehen, dass auch das nicht komplizierter ist, als die Eingabefelder. Auch hier greifen wir einfach mit Document, GetElement, bei ID auf das Element zu. Dann müssen wir wenig aufpassen. Was trägt die ID? Was trägt der Value für einen Inhalt? Hier werden die ja nicht vom Benutzer von Hand eingegeben, sondern er wählt sie aus den von uns vorgegebenen Optionen aus. Deshalb tragen die einzelnen Optionen die Werte, so dass wir dort dieses Value-Attribut brauchen. Ansonsten ist der Zugriff auf die Elemente von JavaScript aus genauso einfach wie vorher auch. Wir verwenden wieder einfach Document, GetElement, bei ID und übergeben dieser Methode die Zeichenkette, die wir in dem Attribut ID angegeben haben. Von dem Element, das diese Methode zurückgibt, müssen wir wiederum den Value ermitteln. Auf diese Art und Weise können wir die Auswahllisten in unseren Formularen verwenden. Weiter geht es mit den Listenfeldern. Auch das machen wir direkt wieder in Live. Ich habe das wieder vorbereitet. Wir haben also hier schon einmal unsere Datei Listenfelder.html geöffnet. Und hier drin das Formular, wie bekannt bereits. Und in diesem Fall habe ich sogar schon ein Fieldset und eine Legend und eine Div-Umgebung eingebaut, damit wir uns auf die Frage konzentrieren können, wie kriegen wir denn hier eigentlich ein Listenfeld eingefügt. Die gute Nachricht zuerst, in HTML ist das alles fast genauso wie das, was wir schon kennengelernt haben. Wir benötigen nämlich wieder eine Select-Umgebung. Dieser müssen wir ein weiteres Attribut mitgeben. Das heißt Multiple und das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil dieses Attribut keinen Wert erhält, sondern da steht einfach nur das Wörtchen Multiple dort. Und dahinter geben wir wie immer unseren Namen an. In diesem Fall soll das Ding ein Warenkorb sein. Und als ID vergeben wir wieder denselben Wert. Dann schließen wir die Select-Umgebung wieder. Und hier hinein kommen nun unsere Optionen in genau der gleichen Art und Weise, wie wir das schon kennengelernt haben beim letzten Mal. Das heißt, wir schreiben hier wieder eine Option hinein mit einem Wert. In diesem Fall habe ich mehrere Autoren vorgesehen, von denen wir hier eben Bücher kaufen können. Und natürlich müssen wir unsere Optionen wie immer schließen. Und jetzt können wir mehrere weitere solcher Optionen hier einfügen. Ich habe das vorbereitet, deshalb kopiere ich das mal eben aus einer anderen Datei hier hinüber, damit ihr mir nicht beim Tippen zugucken müsst. Damit haben wir jetzt also hier vier Optionen zusammen. Und jetzt gucken wir uns das auch einmal an, wie das hier im Browser aussieht. Hier haben wir also jetzt die Bücher stehen, die wir hier links angegeben haben. Wie immer der Text, der hier in der Option selber steht, ist das, was hier angezeigt wird. Der Wert ist das, worauf wir dann hinterher von JavaScript aus zugreifen können, den man also als Benutzer hier gar nicht zu sehen bekommt. Wir haben hier verschiedene Optionen und anders als bei den Auswahlfeldern ist das hier eben ein Listenfeld. Das bedeutet, wir können hier eben nicht nur ein Ding auswählen, ein Buch auswählen, sondern wir können hier eben durch Drücken der Command-Taste oder der Shift-Taste oder der Steuerungstaste, je nachdem, was wir machen wollen genau, können wir hier eben mehrere Bücher auch auswählen. Das ist ein etwas ungewöhnliches Interaktionselement, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein Element, das durchaus benutzbar ist. Nun stellt sich jetzt also die Frage, wie können wir von JavaScript aus darauf zugreifen. Und da sehen wir schon eine Besonderheit, nämlich, wir können hier mehrere Elemente auswählen. Das heißt, so einfach, wie wir das bislang gemacht haben, dass wir einfach eben einen Wert auslesen, so einfach wird es nicht gehen. Denn wenn ich zum Beispiel eben die Bücher von Erwin Grosche und Barbara Mayer ausgewählt habe, müssten ja als Werte Grosche und Mayer herüberkommen. Und das sind aber getrennte Optionen, die wir hier haben. Wir müssen die also irgendwie zusammenfügen. Und das heißt, wir müssen uns zunächst einmal wieder dieses Element besorgen, was wir da haben. Das machen wir wie immer mit Document Get Element By ID. Dem übergeben wir wie immer unsere Zeichenkette, an der wir interessiert sind, die ID natürlich, also Warenkorb. Und speichern das auch wieder in einer Variable, und die nenne ich auch mal Warenkorb. Was haben wir aber jetzt in diesem Warenkorb drinstehen? Nun, das ist ein Array. Ein Array aller Optionen, die in diesem Element enthalten sind. Das heißt, wir haben hier tatsächlich sämtliche vier Optionen in diesem Array drinstehen. In diesem Fall haben wir ja vier Optionen unten angelegt. Jede Option steht also hier jetzt nur drin. Und wir müssen jetzt herausfinden, welche dieser Optionen sind denn tatsächlich ausgewählt worden. Und dafür gibt es Eigenschaften an diesen Optionen. Und die heißen Selected und Value. Den Value kennen wir schon. Das ist wieder der Wert, der hier unten angegeben ist. Und das Selected ist ein boolischer Wert, also wahr oder falsch, der uns anzeigt, ob das Element vom Benutzer ausgewählt worden ist oder nicht. True, wenn das Element gewählt wurde. Also das Buch in diesem Fall. False, wenn es nicht gewählt wurde. Und jetzt müssen wir also hergehen und müssen herausfinden, welche Elemente sind denn bitte schön ausgewählt worden. Und die wollen wir dann alle als Zeichenkette aneinander hängen. Das heißt, wir gehen also her. Wir nehmen uns eine Schleife, die den Warenkorb durchläuft. Also alle Optionen durchläuft, sollte ich richtigerweise sagen. Und das ist, wie gesagt, das Array Warenkorb. Und das hat natürlich diese Länge. I++. Damit durchlaufe ich jetzt also das Array. Und jetzt möchte ich hier alle Optionen aneinander hängen, aber nur diejenigen, die ausgewählt worden sind. An eine Option, wüsste ich, erkäme ich jetzt heran, indem ich Warenkorb an der Stelle I.Value nehme. Aber den möchte ich natürlich nur berücksichtigen, den Wert, wenn die Option auch ausgewählt worden ist. Und da kommt diese Eigenschaft Selected ins Spiel. Das heißt, ich mache jetzt zunächst eine Abfrage, ob nämlich Warenkorb an der Stelle I selektiert wurde. Das kann ich einfach so machen. Ich könnte auch schreiben gleich gleich True. Aber kürzer können wir einfach das so schreiben. Das ist eine Kurzschreibweise dafür, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Wir wissen ja, in diesen runden Klammern muss eine Bedingung stehen. Wenn die wahr ist, also wenn diese Eigenschaft wahr ist in diesem Fall, nur dann wird also jetzt die folgende Anweisung ausgeführt, die ich jetzt hier in die geschweiften Klammern hineinschreibe, dass wir nämlich jetzt den Wert von dieser Option in einer Zeichenkette speichern. Das heißt, wir nehmen uns eine Zeichenkette vor. Die deklariere ich hier zu Beginn einmal. Let, Produkte, nenne ich sie einfach mal. Das soll jetzt also eine Zeichenkette sein, die alle ausgewählten Produkte enthält. Und wenn das Element also gewählt worden ist, dann hänge ich an diese Zeichenkette, die ich jetzt schon habe. Am Anfang ist die Zeichenkette leer. Hänge ich dann an den Wert der Option. So, weil das jetzt durchaus ein bisschen kompliziert ist, bauen wir uns hier jetzt einfach mal kurz eine Testausgabe ein. Und sorgen mal dafür, dass wir jetzt hier anschließend uns Produkte einfach direkt hier ausgeben. Wir wollen also mal gucken, was jetzt in dieser Zeichenkette drin steht. Einfach mal, um das zu testen. Und wir schicken das Formular hier nicht ab. Das heißt, wir setzen hier jetzt einfach ein False ein. Und dann brauchen wir hier unten natürlich noch einen Submit-Button. Dann laden wir das Formular hier drüben einmal neu. Und wenn ich jetzt eben, wie gesagt, diese beiden, nenne ich mir mal an, ich habe nur die Option Grosche gewählt. Ich schicke das Formular ab. Dann wird hier Grosche ausgegeben. Funktioniert also soweit. Wenn ich Meier auswähle und schicke das Formular ab, wird Meier ausgegeben. Was passiert aber, wenn ich jetzt zum Beispiel Grosche und Meier auswähle und schicke das Formular ab? Dann sehen wir, dass beide da drinnen hängen. So, das ist natürlich noch nicht schön, weil wir nämlich jetzt die beiden Namen hintereinander hängen haben direkt. Und deshalb sorgen wir hier noch dafür, dass wir hier zwischen noch ein Leerzeichen ausgeben. Wir laden hier drüben nochmal neu, gucken uns das noch einmal an. Und wenn wir das also jetzt so machen, dann haben wir Grosche, Meier mit Leerzeichen. Wir könnten natürlich auch ein anderes Trennzeichen hier einfügen, was immer wir wollen. Aber ich habe das, wie gesagt, mal jetzt so einfach nur mit diesem Leerzeichen gemacht an dieser Stelle. Wir könnten hier natürlich auch ein komplexeres Objekt zusammenbauen, dass wir das irgendwie in Local Storage ablegen. Um das müssen wir uns ja noch kümmern. Das haben wir noch gar nicht getan im Moment. Aber das machen wir hier eben nicht. Wir bauen einfach nur eine solche Zeichenkette zusammen. Und das ist also die Zeichenkette, die ich dann gerne im Local Storage liegen hätte. Gut, bauen wir das Formular einmal zurück. Das wollten wir ja eigentlich gar nicht hier. Nehmen das also wieder raus. Setzen hier wieder das True ein, weil das natürlich später irgendwann mal verschickt werden soll, das Formular. Und nehmen hier auch das Alert raus. Und setzen dort stattdessen natürlich unser Local Storage hinein. Also wir greifen auf unser Local Storage zu. Set Item. Und auf diese Weise speichern wir also die Zeichenkette, wie wir sie gerade gesehen haben, wie wir zusammengebaut haben in der Variablen Produkte. Die speichern wir also jetzt in unserem Local Storage, sodass wir dann auf der Folgeseite darauf zugreifen können. Die Folgeseite, wie immer, gucken wir uns im Augenblick nicht an. Ich lade das hier drüben nochmal neu, dass wir das nochmal sehen, wie das hier aussieht jetzt. Also so sähe das im Augenblick aus, weil wir ja gar keinen Submit-Button mehr da drin haben. Können wir das nicht abschicken und nicht testen. Aber so würde das also jetzt aussehen. Und wenn wir dann am Ende alles zusammenbauen, werden wir eben sehen, was auf der Bestätigungsseite dann, die aufgerufen wird, wenn das Formular abgeschickt wird, dann eben ankäme. Nämlich hoffentlich genau die Zeichenkette, die wir hier gesehen haben. Das werden wir allerdings später noch abwarten müssen, ob das auch tatsächlich so ist, wie ich das behaupte. Damit haben wir dann auch schon die Listenfelder abgehakt. Wir haben gesehen, dass wir Listenfelder fast genauso wie die Auswahllisten erstellen. Weil der Benutzer aber nicht nur eine, sondern mehrere Optionen auswählen kann, muss die Select-Umgebung das Wort Multiple tragen. Das sorgt dafür, dass diese Darstellungsform im Browser eine etwas andere ist, als bei den Auswahllisten. Ansonsten aber bleibt im HTML-Code alles genauso wie vorher auch. Wir haben wieder einen Namen und eine ID, die wir vergeben. Wir haben die einzelnen Optionen. Jede Option hat einen Wert. Wie wir allerdings von JavaScript aus auf dieses Element zugreifen, unterscheidet sich deutlich vom bisherigen Vorgehen. Weil jetzt ja mehrere Optionen ausgewählt sein können, kriegen wir keinen einfachen Wert als Rückgabewert der aufgerufenen Methode, sondern ein komplexes Objekt, nämlich ein Array. Dieses komplexe Objekt enthält sämtliche Optionen, nicht nur die ausgewählten, sondern wirklich sämtliche Optionen, die in unserem Listenfeld enthalten sind. Jede einzelne Option wiederum besitzt Eigenschaften und eine dieser Eigenschaften heißt Selected. Mit dieser können wir feststellen, ob die Option ausgewählt worden ist. Eine weitere Eigenschaft jeder Option ist Value. Die ist wieder genauso, wie wir das schon bei den Auswahllisten kennengelernt haben. Wir können dann das von der Methode zurückgegebenen Array in einer Schleife durchlaufen und für jede Option ermitteln, ob sie vom Benutzer ausgewählt wurde. In dem Fall hat für diese Option Selected den Wert True und wir können dann den entsprechenden Value dazu ermitteln. Das war es zu den Auswahllisten und Listenfeldern. Tschüss, bis zum nächsten Video.